Eine bittere Erkenntnis Für drei Säulen ist zusammen mit den DFB-Frauen unumkehrbar Schluss. Nach zwei Testspielen ist dazu klar, welche Durchgang diese und jene hinterlassen. Zunächst wirkte alles als immer, Alexandra Popp wärmte sich mit ihren Teamkolleginnen auf. Zog mit ihrem starken linken Fuß ab, und zirkelte den Ball in eben diese Kante des Tores. Doch als immer war dieser Abend in Duisburg nicht. Und der Schuss in das Treffer zusammen mit der Aufheizung sollte ihr endgültig Gewinn sein. Denn dasjenige Freundschaftsspiel gegen Australien bedeutete synchron dasjenige Abbruch ihrer langjährigen DFB-Karriere. Und letztes DFB-Duell, justament dort, an irgendeinem Ort einst alles begann. In Duisburg startete diese und jene in ihr 145. Im Februar 2010 lief diese und jene erstmalig in dem Stadion des MSV Duisburg in dem Deutschland-Trikot auf. Spielte damals wenn schon wenn schon in dem Ruhrgebiet. Mehr wie 14 Jahre bei späterer Gelegenheit folgte dasjenige große Finale. 26.623 Zuschauer brachen immer wie gehabt ein Malhold-Kerendum in tosenden Applaus aus. Sei es zusammen mit der Verkündung der Startelf oder zusammen mit der offiziellen Abschied vor Anpfiff gewesen. Die Menschen in der Schau ins Landreisen-Arena trommelten, schrien und klatschten exzessiv in eben diese Hände. Aufgrund dessen Pop aus der Nationalmannschaft zu verabschieden. Sie wenn schon war etwas überwältigt von dem, welches in diesem Fall stattgefunden hat. Die eine oder übrige Träne ist denn doch geflossen, sagte diese und jene hinter der Partie. Bundestrainer Christian Wyck und Pop hatten sich in dem Vorfeld auf 15 Minuten Spielzeit geeinigt, und diese und jene Viertelstunde hatte es in sich. Es dauerte nicht lange, bevor sich Deutschland in Anführung köpfte, nur nicht durch Pop. Selina Zerki war es, eben diese eine Flankenball von Vivian Endemann zu der deutschen Anführung verwertete. Und dasjenige Team aufgrund dessen Pop hörte nicht auf, griff weiter sofort an. Die AustralierInnen standen nebst Druck, dasjenige Quäntchen Glück fehlte nur auf deutscher Seite. Dann war es soweit. Nicole Anjomi hatte sich bereits aufgewärmt. Zu dieser Gelegenheit hob eben diese vierte offizielle an der Seitenlinie eben diese Anzeigetafel, Deutschlands Nummer 11 gegen eben diese 18. Pop zog sich eben diese Kapitänsbinde aus und lief in Einschlag an Jomi, eben diese Mannschaft wartete längst abfolgestehend an der Seitenlinie. Pop riss nochmalig eben diese Hände in eben diese Luft und verabschiedete sich von den Fans. Bevor diese und jene eben diese Binden verbannt an Julia Gwynn übergab und ihr eben diese Worte viel Spaß mit dem Haufen in das Ohr flüsterte. Schade, ist denn doch vorbei. Dachte sich Pop laut eigener Proposition zusammen mit ihrer Auswechslung. Ein emotionaler Moment, am jeder Spielerin teilhaben wollte. Als dasjenige Hazardspiel bereits fortgesetzt wurde, suchten Mitspielerinnen als Linda Dallmann und Elisa Sehns noch immer eben diese Arme von Pop. Das Hazardspiel veränderte sich plötzlich, und eine bittere Dokumentation tat sich auf. Dann verschwand eben diese 33-Jährige auf der Bank. Ob Felicitas Rauch, Clara Bühl oder Sjöge Nüsken, der Ball wollte nicht in das australische Treffer. Dafür traf plötzlich der Gast durch einen individuellen Fehler sehenswert auskerklich 40 Metern. 39. Dann ertönte der Halbzeitpfiff. Minute. Jule Wundbrand rutschte bei dem Warnton durch eben diese verwunderlich angegangene Sprinkleranlage aus. Ein schlechtes Omen? Die Minuten ließen fast denn doch annehmen, dass Pop dasjenige nötige Quäntchen Glück mit sich genommen hatte.